Hotz wird fast nur noch von russischen Boostern gespielt. Was? Und wen boosten die? Für was boostest du? Für was boostest du denn? Vielleicht einfach wirklich, um sich irgendwo hinschreiben zu können. Top 100 in. Das müssen wir jetzt machen über unsere Map. Jetzt werden Muttis gefickt! Entschuldigung! 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 Ich liebe mein Leben! Erstmal zu fünft Mitte. Ich geh top. Wer geht runter danach? Ich geh runter. Ich sollte immer zusammen spielen. Ich sollte immer der Typ sein, der rotiert. Und wer geht allein? Dalu dann, oder? Dalu und ich. Ich mach Mitte. Du solltest nicht Mitte machen, oder? Ich bin Keltas. Was hast du denn der erste mit seinem Muradin? Einmal Zeit lang. Einmal Zeit lang. Guck mal, die Sache ist die. Ein Tag muss top. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ich bin schon tot. Also ich bin safe tot, glaub ich. Ehm. 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 Dalu geh ruhig schon runter. Genau, objective jetzt. Hör doch Bröki. 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 Ich geh runter. Okay, Bröki. Alles klar. Und eigentlich müsste Terse mit Valar tauschen, ne? Weil Double Tank Mitte, was ist das denn? Bröki macht das. Na, passt schon. Passt schon. Ich werd ein bisschen roben. Terse bleibt jetzt Mitte. Terse bleibt Mitte. Terse du warst Mitte. Der Chef sagt das. Wo bleibt Terse eigentlich? Der Chef. Hör doch den Call. Wenn du oben schlechtes Matchup hast, tausch mit Dalu. Nein, nein. Das ist mein Bett. Ich war low noch. Ich war low noch. Ich war low noch. Ich war low noch. So. Wir move jetzt runter Terse. Komm. Alle? Nur wir zwei. Terse nicht. Und... Hau dem Schnauze. Ich bin ein Assassine, ne? Weil alleine lane ist ein bisschen schwierig. Da nehm ich dich actually mehr, glaube ich. Geht erst. Wir gehen jetzt zurück. Wir in die Mitte. Oh Scheiße. Sehr gut. Das sind die Calls, die ich brauche. Hör auf den Call. Terse bleibt mit. Oh, wir haben hier vielleicht nen Catch. Ist das Thrun oder wer bist du? Oh Bro, ich geh 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 geh. Oh ja. Gut das kann. Das war so fette Scheiße. So. Kommen sind drei von denen drauf. Ja. Ich komm hoch. Wir gehen hoch. Terse bleibt Mitte. Mitaschi kommt hoch. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm wirklich, ich komm wirklich, ich komm wirklich. Wir ziehen rein, ja? Wir ziehen rein, ja? Wir ziehen rein hier. Der ist so aus. Und das Spiel, ja. Der ist sehr, sehr gut. Der ist total von den. Oder Zeratul. Ah stimmt, übrigens die Map, die funktioniert nur über Objective. Du kannst die Tower gar nicht angreifen auf der Map. Du musst Objective, also du musst aber irgendwas musst du Objective mit, um zu gewinnen. Du kannst es nicht überlegen. Also das ist mit diesem Geist erschüttert, die damit kriegt die Base Schade. Deswegen vielleicht mal Gruppen für die. Ich bin jetzt hier. Ja, ja, ja. Also ich brauche Blut. Was ist das? Oh. Ich würde hier rein gehen, Jungs. Wir haben über 2 Top-Zeit. Wir haben gerade da gecatcht. Ja, jetzt geht das. Der ist sehr zu sehen, ne? 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 Ich bin nur Wim, Mim, 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 Mim. Wir sind schon mit dem Fight. Da, wir haben schon abgeschossen. Wir kriegen die Kanonen schon. Die haben noch 50 Schuss. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das. Das ist das, das ist das. Kommst fast fast, san, san. Ja. Boah. Oh, der kam noch mehr. Ja. Ja, diese beiden Hope-Sane, ehrlich. Der hat auch schon. Ja, ich bin dran. Oh nein! Bro. No way. made me the safe. Nein, okay. Kennen wir mal. Wait so, ja. Kennen wir noch. Also, Weiß nicht, nein, uniquely. Wir waren immer wieder. Ich dachte, wir brauchen wir hier. Bria. Da brauche ich Leute gleich. Für die und bei so viel MMA ist er. ich bin unterwegs je mehr tower ein team hat desto mehr damage am nexus macht man mit jedem ob die hilfe ich komme auch noch gleich ich kann auch noch sofort dazu und dann schaden machte ich nehme einfach kurz hinten den grund können wir zu dran stellen jetzt ja stelle ich mal dran jetzt nicht deftig ich möchte ich gar nicht mal mit der ich habe ich teppel jawohl die käfer haben war was war ich die kommentierung schiene sehr geil jetzt schießen wir noch junge das war so clean blut wo sammeln ich blut wo ist das blut wo ist das blut ich habe das blut nicht gesehen dass irgendwie muss das blut sammeln damit ich mehr schaden mache oben legen ich gehe hoch das andere camp ist auch noch ab von denen ja da geht es das ist aber ich gehe rein ja schön ich war ja ein living bomb hat erreicht aber nicht ich komme mit ja alles blut ich sehe es ist weg wir ficken den jetzt hier und sind wirklich bitte hier um ist so ein kopfloser ritter auch ich wollte wieder auf die werbe ich kommen wir haben brauchen hilfe hier brauchen wir haben das modern wir wollen das werden geschleute jainer kriegt meine und ein bisschen der mensch noch dann ist die tod kommen 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 jetzt gleich wie aber kills anyway vorsichtig was kann man um kämpfung contesten leute können wir können wir sagen es dann kann da kommen wir da rein ich weiß nicht mehr was dauerne nur hat er dich aus dem leben gehauen alter jetzt nicht reingeht sich reingeht sich reingeht sich reingeht sich reingeht sich da unten ist irgendwas zum einnehmen ja das nächste ding ne wir müssen das glaube ich plane wir müssen das glaube ich plane zurück ich komme aus der bäse ich könnte da so reingehen bis sie nur mit abbrechen müssen aber ich habe ich bin ja spät zusammen spät zusammen spät zusammen da war der fahrt durch den moment unter dem grund da ich muss zum brunnen gehen habe ich verspreche noch aber ich kann gleich nicht mehr jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr ich bin da einmal ab geworden habe ich noch jetzt machen sie es wahrscheinlich zu ende junge die ganzen scheiß mobs hier alter hat falsch geskilled das ist so ärgerlich kriegen wir das wir wirklich verhalten der dampf der zahl sehr auf die anderen baden es sind nur ein paar schüsse leute es ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm wir sind elf zu elf aber nicht sterben und wieder als team zusammenkommen ich spiele letzte schwanz ich auch gerade das mal wir können dass wir können das wirklich dieser schuss von hast modernmann was mit der hier ist mit der ich bin auf dem weg ich bin darauf machen und ich kann hin noch kann ich aufmachen gerade aber das ist ja schön nicht zu sehr aufs gehen fokussieren wir haben wieder kämpfen von meiner mittel top mittel top und kämpchen rechts kann rechts gemacht haben wir direkt ich gehe mitte und clear da ist da ist ein abbruch runter halten so ich habe jetzt schon hoch und auch die xp nehmen was macht denn das nicht das blut habe kassel erste 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 erst einfach wie gut es bin ich habe mit dem fokus mit dem camp wir müssen eigentlich voll hin für für den dingens damit wir um alltag gleich kämpfen können ich wäre jetzt wieder ready was macht ihr können wir da was reißen vor ist der schnell der wichser es war so klar dieser notensohn ehrlich der unsichtbare notensohn auch noch die kriegen zu viele hitze auf unserem nexus gerade wir müssen jetzt einfach mal wieder so ich habe jetzt jetzt ich werde ich angehen was habe ich jetzt bekommen ja ich muss kurz ich hab die menschen nicht oder ich versuche diesen ich habe ich habe jemand jemand macht uns am turm zum einen das ist noch unbekannt oder gibt es noch das zusammen das zusammen den 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 kopflosen reiter machen wie viel scheiße willst du noch alles zusammen machen ich will gewinnen hier sind jetzt aktiv gleich wir müssen jetzt ready sein vielleicht kriegen wir noch ich gehe mal nicht mehr nach oben damit die nicht sehen dass wir da sind wir brauchen nur einen von den beiden erstmal hauptsache die kriegen nicht beide das ist gleich wichtig wir müssen einen davon stehlen jetzt also nehmen aufteilen fünf sekunden bis zu den türmen wir brauchen wischen zumindest ob wir sonst täppen die gleich beide und kommt kommt freddie ja schon das ding ist durch ja egal egal ich bin jetzt im cocoon ja da muss man größer sein ne ich glaube freddie hätte dann nicht in die base gehen dürfen egal sind wir dran trotzdem sind dann noch habt ihr noch doch kommt der ist gestand den kriegen war ja wohl ja doch ja die klinge unten pushen unten pushen weg vorteil den wir gerade haben ist sie machen gerade nur drei der match pro schuss wir können wir mit der fort auch noch nehmen vielleicht für unten kann man nicht mehr pushen wir sind fertig da wir müssen die ganze mit einnehmen wir haben wir haben die mehr schüsse kriegen wir pro objektiv ja das war mein werter vorgegeben wir haben noch ein camp camp ja an dem tempel du kannst anscheinend soll der noch aktiv sein sagt ja dann das sieht auf der map irgendwie nicht so aus also das ist schön zu erkennen ja ich gehe mal ganz jetzt haben wir leider einen schuss weniger hätten wir gerade noch einen der mensch mehr gehabt beziehungsweise drei wahrscheinlich aber beschließen das erste mal ich bin ich komme runter der ist schön jungs schön wir müssen jetzt und noch mal auf den tower pushen jeder zählt wir haben aber eine richtig schaden der heilige scheiße du hast mit seite 200 m oder was das ist bist du stark gefühlt jetzt war das übertrieben viel schaden heilige scheiße dass ich gut da will ich mir nicht mal mit hier das kennt ihr sogar das kennt die das kennt ja 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 hier ist noch im kräfer vorsicht 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 war wenn wir bekommen sollte sein Aber wenn dann Assmodan, wenn dann Assmodan, wenn dann Assmodan, wenn dann Assmodan, ne? Der Käfer ist half down. Ah, der hat mich reingewichst, der wichst mich weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich ulti hier? Der C, vier Sekunden. Der Käfer kriegt noch was, kannst glaub ich weggehen. Ich geh auf den Rope. Nice. Hast du den Käfer? Ja, den Käfer hab ich. Boah, big. Was ist dieser Tunnel hier? Kann ich Assmodan nicht stand gehen? Assmodan gestand? Ach, ich weiß es auch nicht. Boah, let's go, let's go, Leute. Nice, Jungs. Crazy. Okay, 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 okay. Was ist Tunnel, Eingang, Tunnel, Ausgang? Wir haben Alterakt. Drei Altare, drei Altare, Leute. Und die sind, die sind der Junge, die können die nicht deafen, ne? Die können die nicht deafen. Ich hab den Tower unten noch eingenommen, das heißt, die haben weniger Shots. Äh, der erste Freddy, wir machen den hier oben. Wir machen den hier oben, okay? Ja, 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 jetzt komm. Wann ist der abkommen? In 13. Wir können die trappen. Wir können die trappen. Die können, glaub ich, weil er sich auf einmal machen. Wir sollten jeden Schuss jetzt... Der erste. Nicht. Trappen heißt, wir sind im Busch. So? Ja. Genau. Stark, 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 stark. Nimmt alle drei... Kriegen wir alle drei? Die Special Tactics. Alter. Die hatten so einen Job. Ich hab mal... Ich hab mal... Geh mit da rein, geh mit da rein, geh mit da rein, geh mit da rein. Wir gehen da rein. Ja, ja. Ja, ja. Wollen wir top das Camp nochmal? Nice. Den... Den Horser? Holy shit. Wir haben alle drei abbekommen, ne? Ja. Wir wollen noch einmal ein gutes Ding und wir sind durch. Ja. Das ist kein Horserider. Boah. Jetzt sind wir die Booster-Russen. Ne, Jungs. Das ist big gewesen. Ich versteh den Call nicht. Für was boosten die denn? Macht keinen Sinn, oder? Ne, gar nicht. Also jetzt... Jetzt ist der Damage wirklich... Bro, der Damage ist... Also ich one-shotte einfach Jaina instant. Die ist einfach blub. Das ist crazy. Glaub ich könnte auch den... Wollen wir den Typen machen? Hast du zusammen? Ja. Ich bin dran. Vorsicht da. Wir können unser Team spielen. Wir können unten Camps machen. Unten Camps. Ist das... Wir sind aber auch so am Tryhard gerade, Jungs. Wir müssen zu Dota. Wir müssen zu Dota. Hast du Dota, Jungs. Ist ja der letzte Winner. In Back-Free-Back. Ist Versuch 1, ne? Oder Game 1. Ja, das ist, glaube ich, Versuch 20. No way. Musst du Ruhestellen benutzen? Ich glaube... Da ist ja nichts ab, oder? Ja, jetzt kommen die Altare. Ich hab Mana jetzt. Ja, aber die sind Bot, weil wir da durchkommen. Ja, ja. Geil. Let's go. Richtig wie so Rappen stehen. Wenn wir die haben, ist vorbei. Wenn wir die haben, ist vorbei. Wenn wir die haben, ist vorbei. Ist es? Ah, es sind nur zwei. Es sind nur zwei. Ich dachte, es wären drei. Ich glaube nicht ganz. Was ist denn hier vorne? Reiter, 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 Reiter. Ne, erstmal Tower, oder? Acht Sekunden. Wir sollten direkt tappen. Die müssen... Die nehmen gerade unten den Turm an, so Schadensbegrenzungen zu machen. Direkt einnehmen. Und wenn du hierher kommst, dann nicht. Ich Capture. Und dann komm ich rüber. Was ist das denn? Was macht der Reiter überhaupt? Das sieht noch einen großen Kämpfer aus. Vielleicht macht er ja auch damage. Der Kopfflössereiter macht vier Schaden. Toll. Als wenn er mit einem überleben ist. Ehrlich? Jo, der schießt viermal. Die haben einen Fick. Ey, Jungs, wenn wir das verlieren, ich rasieren wir uns schon den Pellermann. Ehrlich. Nein, in dem Moment, in dem jetzt noch einmal drei Tower kommen, haben wir Automata gewonnen. Ich möchte mal kurz was testen, Bröki. Was sagst du, wie viel HP hat Jaina so? Darfst du ganz spontan tappen, oder? Ja, ich will einfach gucken, was sie... Also wenn die Eisblock ist gilt, dann kann ich sie nicht one tappen. Aber ich sehe sie jetzt leider nicht. Vielleicht kommt ja so Hilfe. Die haben sie aufgegeben. Ne, hier sind die Reise offen. Warte, jetzt. So. Moment, was ist mit meiner Ult? Bin so ein Kakun. Was macht der Kokun eigentlich? Der hält dich wahrscheinlich kurz gestunt. Das ist ja seine Ult, oder? Macht's gut, Jaina. Tschüss. Jetzt kommt der Eisblock. Hat sie jetzt wirklich gekillt? Ja. Junge, ist das schlimm, Digga. So, Jungs. Ein Ding noch, und dann ist die Runde gesaved. Held des Sturms. Von Bases. Boah, Jungen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das Spaß-Level von der Runde nicht top-notch war, Digga. Die war so geil, die Runde. War echt eine gute, ja. War so knapp am Anfang, und dann haben wir sie aber gehopst, ja? Ah. Wir brauchen die Bröki-Calls, ich sag's mein Gefühl. Wir brauchen die Bröki-Calls. In die Hände des Raben-Fürsten fallen. Alter ist gezogen. Ich schieße noch extra Shots drauf. Bevor die da sind, kommen die dann auch noch so. Ja, nein. GG. Jawoll. Let's go. Was ist das? Bitte, ja. Was ist das? Die ist super, ja. Alles genau. Oh, süß, Noel. Was denn? Nix. Undee, bitte. Wer ist das gewesen? Wer ist das gewesen? Du hast ein krasses Game gespielt, Mitaschi. Sehr geil. Echt, sehr, 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 sehr gut. Danke. Danke. Danke.